so ist es aber bluten und schockfähig das ist es vielleicht sinnvoll die Nummer auszuholen vielleicht eher sinnvoll nicht in solchen Momenten einfach was würde der Kohn tun irgendwas voll behindertes ja ja und geil da hast du mal recht äh noin moin übrigens ich glaube wir heilen mal alle unsere Verbündeten oder? ja was wird das tun bei dir denn das? derweil in der Wobeshalle der allerbesten Freunde alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein muau muau denn wenn ich dir fehl tue dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn äh nö 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 Und wieder? Ich finde ihn recht, mein Freund. Entschuldigung. Hey! Ach, sie fertig, Saftsack! So, treffen wir ihn, kriegt immer so Blut? Ja. Ja, da hat er Schock und Blut, dann ist er ziemlich schnell da und gleich. Der Kalt bringt das Leid! So, das war's! Und tschüss! Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest! Hab ich? Aber es fühlt sich gar nicht so an! Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest! Ich bin Hausarrestresistent! Nein! Nein! Ja, ein Unterwäsche-Katalog von 1979. Äh, was? Waschentücher? Ja. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt! Tschüssi! Was ist er denn? Oh mein Gott! Okay! Huch! Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pads infiltrieren! Komm zur Schule der Freedom Pads für die Begabten und Talentierten! Was? Die Schule der Freedom Pads für die Begabten und Talentierten! Ja, genau! Bei Kingpin oben? Äh, komm mal deine Schnellreise benutzen! Uh! Ja, komm! Wir können jetzt den Weg aufmachen! Die Lava weg, die da oben ist! Wohin? 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 In der Gebäude? Hier hin? Und dann müsste da eigentlich Saber gewesen sein... Die wäre ja jetzt weg. Bitteschön! Guten Tag! Hey Kind, bist du eine kleine Wonder Woman? Äh, f*** dich du Wichser! Was? So, haben wir das geklärt? Guten Tag! Ich sollte dich übers Knie legen! Bitte! Sind Superhelden nicht schon wieder out? Nein! Du denkst, du kannst das Chaos besiegen? Das Chaos ist doch nicht auf unserer Seite! Gute Aktion, Schwachmacht! Was soll denn das jetzt? Was ist denn los? Was? Chaos bezahlt seine Schergen nicht? Oh mein Gott! Was? Alter! Ihr seht so schrottig! Ihr würden sich auf je nach Comic Con wie zu Hause fühlen! Gute! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Die Fresse beißen! Was? Na, wie wär's mit einer Runde Chaoskeit, Junge? So! Tschüss! Macht euch auf Schmerz gefasst! An seinen Angriff... Wieso ist der noch gesperrt? Was ist das? Ähm, okay. Aber sein Angriff geht echt übel weit hier. Das ist richtig nice. Was? Was bringen? Selbst bei früher, Dr. Ruf, heute sahen die Effekte besser aus! Was soll das nicht blödsack? So, jetzt geht man ja eigentlich. Schön reinhauen! Sag mal, alle drei! Oh, jetzt brennig! Gleich kriegt ihr Tollwut! Meinst du? Will ich angreifen? So fänden wir hier! Ach, komm! Ja! Ich bin doch down! Egal! Füllt den Zorn von Human-Kite! Äh, Human-Kite wird glaube ich auch nicht angreifen, aber er kann... Er kann Kuhn protekten. Hier, bitte! Nimm's mir! Ich bin jetzt bei den Guten hier Bösen! Äh, na ja! Wie man's nimmt, ne? Ja, wie man's nimmt, ne? Ey, sind das echte Special Effects oder Animierte? Ja, echt da! Hallo? Hier kommt der Kuhn! Schlupp jetzt, dann schuld ich den echten Furzen der Selbstjustizler! Ah, blöch! Wow! Noch ein Feinfoil mit die Macht von Kuhn & Friends! du brauchst dich nicht mehr tot zu stellen wir haben sie besiegt und fast level aufstieg das ist sehr heiß so jetzt nur gleich mal beim nächsten super freund rufen ich rufe dich das ist voll ekelhaft aber nicht so ekelhaft wie second achtung durchschnittlich fokussiere und das sagen so jetzt kann man nämlich auch endlich hier oben dann müssen wir so einen ewigen umweg laufen und hätte auch das noch mal freischalten können und jetzt mal ok ok ja komm hier ist die schule der freedom teils für die begabten und talentierten ja genau das ist voll ekelhaft aus komm schon ja das ist einfach so unternehmen 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 ja danke schön und die carbon macht mesh 5 Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, wir haben einen Tenix-Raum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhnbasis ein Dreck. Ihr könnt nicht jeden Tag spielen. Was willst du hier? Hey, Mysterion, wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist. Dachten wir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke? Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Oh Gott, wie ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Ja, ähm, naja. Wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und... Naja, wir dachten einen Wechsel, weil Kuhn und Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn und Friends aus? Und da ich Kuhn und Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihm nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Oh, keine Unterstützung. Schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tobi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Ach, komm schon. Freedom Pals. Oh, cool. Zeige, gut ist, Kuhn, äh Freedom Pals. Marita Programm? Ist das jetzt andere Missionen? Symboler? Ein bisschen. Du willst zurück? Vergiss es. Der Doc arbeitet an etwas, das uns alle retten wird. Na, was denn? Nicht so schnell. Zeig erst mal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Oh. Magnetmeister uns. Was war uns? Über teuer hier, ey. Freibauer Augen. Oh, die sind cool aus. Was ist das? Äh, das sieht ja das selber. Einfach runter. Komponenten haben die Gummis? Wollen wir mal gucken, wo wir die kaufen können. Geht noch Basis? Ich weiß nicht, ob es eine Geheimidentität ist, weil keiner weiß, ob ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, genau, genau. Ehingsraum. Ich kann bestimmt noch irgendwas machen. Na gut. Ich muss es nicht. Ich muss es noch mal wegen der Sache mit meinem Dad. Kein Problem. Ich bin nur noch. Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem wir uns eingebrochen wurde. Nein, wer war das wohl? Was? Warte, wird Spiral, was? Oh, jetzt geht's ja wieder. Verstehe nicht, was dieses Symbol hier bedeutet? Du erinnerst mich an meine Schwester, ich habe zu einem Drang, dich zu beschützen. Geil. Es gibt eine Einsicht, ja, das interessiert keinen, das ist der sinnlose Superheld, den es gibt, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir uns mal mit Tupperdose zu treffen. Das war da eigentlich der ganze Nähe, oder? Ja, klein dem Mann. Hä? Was machst du jetzt hier? Hä? Polizist, verletzt! Hä? Es siege die korrupten Cops? Oh. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Äh. Halt die Mucke. Woher kenne ich die? Ich weiß es nicht mehr. 500, 700. Okay, dann wollen wir einfach zum Bluten bringen. Ich wollte nicht gehen. Was muss ich getan haben? Ach, wir haben jetzt auch andere Freunde. Na klar. Oh Mann, bin ich dran. So, Wondertweak. Und dafür hübsche Eingriffsmöglichkeiten. Mit Schock. Plus 46. Oh, 46. Hier, blitz ich einen. Auf solche Partys habe ich keinen Bock. Erinnert euch an diesen Tag. Den Tag eures Todes. Wahrscheinlich noch den. Muahahahaha. Ah. Was ist das hier für ein Superschotenscheiße? Hey, was soll das? Führe Gefechtsprotokoll aus. Okay, was hat der schönes? Auf X. Frage alle Gegner nähe. Heißer Tausch. Tausche die Plätze mit irgendjemandem. Der hält es. Unterhaltsschutz. Verschwöre ein offensiv geschützt. Und der hält dann drei Runden. So, wir hätten vielleicht auf dem Weg gehen sollen. Auf die Knie und Hände in der Kopf. Okay, und der Geschützturm hat einen normalen Platz. Hau rein. Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos. Auf den Boden. Oh, krass. Okay, die machen nicht schaden. Ui, je. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Ja, du schaffst das wohl natürlich. Ähm, ein... Angriff, der garantiert schrumpft und Unterkühlung verursacht. Unterkühlung, den Effekt, den Status hat man noch gar nicht, oder? Wir wollen Eis. Was macht der? Verlangsamt das? Oh, das sollte ich nicht bremsen. Ja, Verlangsamt, okay. Oh, man, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. Das ist eine Runde. Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Du bist der Haste. Hey, lass dir in Ruhe. Hier kommen Tupadose. Okay, da kommen wir gar keinen. Ähm, wir sind da aber... Können wir da hin? Oder treffen wir ihn? Hallo. Danke für Ihre Kooperation. So, ich konnte mich alle auf den einprügeln. Ach, verdammt. Was für ein Schock. Ähm... Oh Gott, viel Licht rein! Oh, ein bisschen. Oh, das feilt nur. Das bringt ja fast gar nichts. Feil mal, lieber. Das ist auch 200. Auch zu mehr sogar. Und der wollte ja mal einen Hammer des Chaos sehen, der ist cool. Ja, eigentlich schon, ne? Wir treffen alle drei. Einer down, zwei geschockt. Und er dauert? Ne, zwei down. Auf jeden Fall, wenn wir... Ne. Ah, hier können wir ja keinen Boost. Okay, das sieht echt nice aus. Hm. Ich habe einen Prohexisten. Okay, der ist echt neu. Ich habe dich auf Gerechtigkeit gefasst. Ich mische sie jetzt auf. Ja, mach mal Tokadosa. Ähm. Der am besten. Ich habe nur zwei. Ich habe einen Griff. So, der mit Rückstoß. Also am besten hier. Oder? So, mit Rückstoß. Äh, doch noch mit Rückstoß. So, mit Rückstoß. Super, Ronaldo. Ein sommeriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Frühjahr. So. Das können wir eigentlich sein Schutzmaßflächen. Ich sollte noch dichter und nicht andersrum. wieso das teile eine kaputten bodycam auch schon 5 EP wirklich so wir haben jetzt schwarze im team jetzt greifen uns die polizisten an ich verstehe ja das ist eine sehr wichtige mission ja 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 auf jeden fall was 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 ich spiel gern auf der triangle die triangle man äh nein und wenn ich einmal traurig bin dann macht sie einfach das macht mir Mut das macht mir Spaß ihr seid scheiße tut uns leid das Kind da ist neu ich spiel gern auf der triangle die triangle macht oh die mandoline spiel ich auch und beide klingt das wenn ich einmal traurig bin dann macht sie einfach das macht mir Spaß das macht mir Spaß roter von der Bühne die mandoline spiel ich auch und beide klingt das ich spiel gern auf dem flügelhorn das flügelhorn nein ach komm ähm wenn ich einmal traurig bin dann macht es einfach das macht mir Mut das macht mir Spaß . . . . . Was ist das? Das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Sehnt Justiz, schlammelt unser Parancinamol! Was? 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 Einer! Ach Gott! Ich kämpfe! Ich gehe alle kämpfen! Was? Oh Mann! Wir müssen zum Ausgang, Freedom Pals! Komm mal aus Shady Acorns! Ich bin wieder da! Nie da! Falsches Wetscher ist mein Freund! Oh scheiß, was machen wir denn jetzt? Wetscher! Gute Nachricht, ich habe einen Schild! Okay, ciao! Immer wieder gerne! Was? Alter, was? Nur viel Druck! Okay, er hat sich, aber dieses Mal zumindest nicht selber verletzt! Die Schildkirche ist in der Stadt! Die Schildkirche ist in der Stadt! Kun und Freunde sind diese Stadt's only hope! Okay, jetzt müssen wir in der Stadt gehen und machen Superheroes stuff! Ja, du sagst auch mit der đunsten auf die Schildkirche? Ja, du sagst auf den Schildkirche! Ich wurde schon in der Figurkirche und abschließt sie mir schuld. Tentman! Tentman! Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. Hiya! I've been given 20,000 dollars to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French dicks. Super Craig. Heh 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 heh.